Ich verbinde mit dem FCH Leidenschaft, Emotionen, Mentalität, Siegeswille, also alles was mich verkörpert. Ich bin einfach unglaublich froh und dankbar, dass ich noch mal die Chance bekomme, für den FCH zu spielen. Ole hatte eine Idee, ich hatte eine Idee, Frank hatte eine Idee und jetzt bin ich hier. Ich bin einfach, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee, dass ich noch mal die Chance bekomme,